Ich finde das ganz cool mit den Healing-Items, das finde ich schon ganz geil gemacht eigentlich. Ich schmecke da Bock voll auf Sojamilch jetzt, scheiße. Ich muss morgen unbedingt, ich muss morgen unbedingt einkaufen, ich brauche Sojamilch, ich brauche die unbedingt. Und dann müsste ich die auch in so Tetra-Packs, ich weiß nicht. Ich finde Milch schmeckt irgendwie besser aus Tetra-Packs, genauso wie Cola besser schmeckt aus Dosen. Ich mag eine Cola lieber aus einer Dose, als aus einer Flasche oder aus einem Glas. Keine Ahnung warum. What the fuck? Ein Bild des Pentagons, Pentagons, in Washington, Washington D.C. Und da kommt der Hauswasser schon wieder. Alte Pissflinte. Namenloses Dokument. Dort, wo der Neubau steht, gab es früher einen Teich. Natürlich gab es Gerüchte, dass der Teich von Geistern heimgesucht wurde. Der örtlichen Legende nach war der Teich verflucht und die Seelen, wie alles hier, und die Seelen der darin Ertrunkenen waren dort gefangen. Nur indem sie ein anderes Opfer in den Teich zerrten, konnten die Seelen entkommen. Darum waren die Geister im Teich blutdürstiger und töteten mehr Menschen. Wenn es am schlimmsten war, fiel dem Teich jeden Monat an Leben zum Opfer. Dann geht er einfach nicht zum Teich. Die Schule war... Entschuldigung. Die Schule warnte die Schüler vor dem Teich, doch die Ertrinkungsunfälle ließen nicht nach. Ertrinkungsfälle ließen nicht nach. Doofes Wort. Einige wollten den Teich trockenlegen, doch der Vorsitzende war stets dagegen. Er sagte, der Teich sei dem Feng Shui zuträglich. Also wirklich, wie wichtig ist Feng Shui, wenn Menschen sterben? Nun, das sollte ich später herausfinden. Aufgrund der Proteste wurde schließlich beschlossen, den Teich zu füllen. Doch bereits am ersten Tag der Arbeiten starb einer der Bauarbeiter an einem Herzinfarkt. Womöglich war Leid in der Nähe. Danach hielt die Schule jedes Jahr ein Reinigungsritual für den Teich. Nach einiger Zeit wurde schließlich der Neubau an die Stelle gesetzt, an der sich der Teich befunden hatte. Und die Rituale wurden ausgesetzt. Das ist immer eine gute Idee. In letzter Zeit nehmen die Gerüchte über die Geister jedoch wieder zu. Es heißt, ein durchnässtes Mädchen in einer alten Schuluniform würde gelegentlich im Geschichtsraum erscheinen. Welchen Raum sind wir gerade? Sie musste hier... Ah, ich weiß welcher Raum. Sie muss eine derjenigen sein, die im Teich ertrunken sind. Ihr fragt euch vielleicht, warum ein Geist aus einem Teich erscheinen sollte, den es gar nicht mehr gibt. Es ist nicht leicht zu erklären, doch diese Welt und die Unterwelt existieren am gleichen Ort. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Menschen und Geister denselben Ort bewohnen, sich jedoch aus Mangel eines besseren Wortes in einer anderen Dimension befinden. Man könnte es mit den Radios vergleichen, die alle auf einer anderen Frequenz senden. Die alle auf einer anderen Frequenz senden. Deswegen können Menschen und Geister einander nicht beeinflussen. Selbst wenn also in dieser Welt ein Gebäude an der Stelle eines Teiches gesetzt wird, ist der Teich in der Unterwelt immer noch da. Heute möchte ich die Wahrheit ans Licht bringen. Deshalb habe ich den Okkult... Ah, wir sind gerade im Okkultismus-Club in der AG gegründet. Die Lehrer hassen sie. Sie sagen, ich verschwende meine Jugend. Eine L-Stange? I want to believe. Ah, Untersuchung der Yin-Yang-Marke. Die Yin-Yang-Marke wurde im Darhoismus verwendet und besitzt einen bronzenden Spiegel in der Mitte. Sie besitzt die Macht, das Böse zu vertreiben und die Wahrheit zu enthüllen. Die Yin-Yang-Marke ist achteckig und mit acht Trigrammen versehen. In der Mitte befindet sich ein Spiegel, auf dessen Rückseite das Yin-Yang-Symbol. Das Symbol erscheint gelegentlich in der Popkultur. Wird die Marke mit Energie aufgeladen, kann es diese entfessen, um das Böse zu vertreiben oder zu zerstören. Das von Spiegel reflektierende Licht soll denselben Effekt besitzen. In unserer Schule wird auch eine Yin-Yang-Marke im Geschichtsraum ausgestellt. I want to believe. Oka-Ruto Eine Uhr? Oh, eine Uhr. Hier war doch irgendwas. Hier war irgendwas. Das hatte ich doch oben gekriegt. Hier ist das Sms wieder weg. Hier ist das Sms-Yang-Marke. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay. Ich kann den nicht ernst nehmen, Mann. Ich bin auch scheiße. Scheiße ist der Essen. Boah, wie schnell der auch ist, ne? Wie schnell dieser alte Sack ist. Boah, ey. Heilige Scheiße. Ich sollte ihn echt langsam mal speichern. Sicherheitshalber einfach nur. Weil das hier echt böse ist. Die Geräusche. Pfeif, bitte. Bitte pfeif. Das ist zu gruselig auf einmal. Ich habe es zu gruselig auf. Das ist zu gruselig auf. Ich bin nicht so gruselig auf. Okay, habe ich zu gruselig. Wie gemein. Okay. Kann ich ja hier rein. Boah ey. Hallo? Hallo? System Tools, was? Minus ME? Was ist hier? Warum kann ich das machen? Warum? Ist hier irgendwie ein Code oder was? Was ist das? Warum kann ich das machen? Warum? Minus ME? Aber warte mal. Ich verstehe es gerade nicht. Accessoires, System Tools, Charakter. Was? Warum ist das offen? Was zum Fug? Warum? Naja. Die Zeit wird wohl kommen, ne? Okay, rote Türen. Ich gehe mal eine Etage runter und gucke mal, ob da noch irgendwie eine rote Tür ist oder so. Es zieht halt gerade echt extrem an, ne? Die Yin-Yang-Marke, die wurde ja ausgeliehen. Das Glas ist wieder da. Das Glas ist wieder da. Seltsamerweise. Hey, hau ab. Hau ab. Hier an den Bildern können wir nichts machen. Hier kann ich auch immer noch nichts machen. Und hier kann ich nicht rein. Ich werde mal nicht rennen, weil, äh, ich weiß ja nicht, wie krass sein Radius ist, in dem er mich dann hört. Das ist ja der Rote Tür ist echt fucking gruselig. Das ist so gruselig. Das ist ja der Raum, in dem wir gerade waren, ne? Ja. Das ist der eine Rechner. Warum? So. Wir speichern dann mal hier. Das Radius ist okay. Der Hausmeister ist da. Er ist in Magical Girl Kostüm. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist eine Mischung aus dem Maid und Magical Girl Kostüm. Aber ich hab meine Milch. Alles ist gut. Mist, wie komme ich jetzt da rein? Okay. Ich kann nur in die nächste Etage hier. Also wir haben unten auch noch nicht die Augen gemacht. Ich kann nur in die nächste Etage, wenn ich die Treppe rechts nehme. Also jetzt gerade von mir geradeaus. Dann kann ich erst hier hin. Geh rein, boy. Komm, boy, geh rein. Komm. So länger wir stehen, dann, desto mehr ein Jump-Scares könnte halt kommen. Oder das Vieh könnte halt jetzt gleich wiederkommen. Ja, hier waren wir noch nicht. Ah, ein Kran. Der ist ja schön. Okay, wir machen wir nicht fertig. Jetzt müsst ihr es auch schon machen. Wieso ist hier ein Tisch weiß? Ein einziger Tisch ist weiß. Warum? Da vorne muss ich rein. Und es ist eine gelbe Tür? Nee. Was ist das für eine Tür? Das kann ich gar nicht erkennen. Geh da mal irgendwo rein. Geh da mal irgendwo rein mit deinem Fisch. Okay. Äh. Notiz. Die Yin-Yang-Marke, die wir offensichtlich brauchen. Äh. D-d-d-d-d-d-d. Bibliothek 2. Bibliothek 2. Die Pendeluhr steht kopf. Seine Stimme soll der Schlüssel zum... Hinweis zum Neubau. Die Lampeninstallation. Okay. Im Schaltraum. Da müssen wir noch hin. Schaltraum müssen wir noch hin. Okay. Im Sprachlabor ist der Team beschädigt der Stromzufuhr. Die Bibliothek 2. Oh, okay. Das ist oben auf dem Dach. Alles klar. Da ist dann also die Marke. Das ist schon ein bisschen geil, der Typ. Oh! Hi, Baby! Oh, okay. Ja. Oh! Oh! Ah, ja, 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 ja. Ah! Ah, 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 ah! Ah! Das hatte ich ganz anders. Also die Olle hatte ich... Ich hatte immer noch so eine Olle, die hang dann auf einmal irgendwo im Original. Und ich kam rein und hab mich so erschrocken, weil da... Die war so... Die hat sich nicht bewegt. Die hang da einfach nur so random in einem beleuchteten Raum. Weißt du? Und das war eigentlich der Raum, in den wir gerade gleich rein müssen. Aber die jetzt... Okay, die war sehr geil. Oh mein Gott, ich feier die so sehr. Aber scheiß, dass sie uns wehtun kann. Geil. Gut, dass sie hier nicht drin ist. Hier sind alle Tische weiß. Warte, 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 warte. Haben wir das irgendwie markiert? Nein, das ist 3,5. Die ist in 3,5. Ich schreibe mir das mal im O. Wenn ich das weiß. Verwaltender... Alter. Da oben sind rote Türen. Okay, hier ist er nicht. Jetzt lieber sich halt immer einmal gucken. Was sollen wir denn hier für schöne Klassenräume? Oh, ein Stift zum Speichern. Den nehme ich doch immer gerne. Oh, oh, scheiße, scheiße. Kann man bitte jemand sagen, warum da jetzt so ein Wuhu ist? Vielleicht wegen dieser Notiz. Denn es ist ein Dokument für die Kursmaterialien. Orient Wissenschaften, die Theorie der 5 Elemente. Lehrer, Vizedirektor Sang Mun Lee. Grundsätzlich repräsentieren die 5 Elemente das Konzept des immer wiederkehrenden Zyklus von Leben und Tod. Dies korrespondiert mit der buddhistischen Lehre der Wiedergeburt. Die 5 Elemente können mit dem Leben eines Menschen verglichen werden. In der östlichen Philosophie bedeutet der Tod des Menschen nicht gleich das Ende, sondern den Beginn eines neuen Zyklus. So wie die 5 Elemente den allüberspannenden Zyklus des Universums repräsentieren, ist auch das menschliche Leben nicht auf die physische Ebene, den Körper beschränkt. Entsprechend dieser Logik haben einige sogar die absurde Theorie geäußert, Tote können durch die Theorie der 5 Elemente wiederbelebt werden. Das finden wir übrigens nicht umsonst so oft. Demnach soll die Umkehrung des Kreislaufs der 5 Elemente Lebenskraft gesammelt werden, um weitere Wortwörter zu überlesen, um die Wiederbeleben zu ermöglichen. Bitte beachtet, dass es sich hierbei um eine gefährliche, okkultistische Theorie handelt, der eine übergreifende Analyse der 5 Elemente zugrunde legt. Man sollte sich immer bewusst sein, dass dieser Zyklus den wichtigsten Aspekt der Theorie der 5 Elemente darstellt und dass der orientalischen Lehre zu folgen bedeutet, der natürlichen Ordnung des Universums zu folgen und Körper wie Geist reinzuhalten. Ich stopp den gleich seine Fresse, ganz im Ernst. Boah, ist ja der Nerven. Da unten ist er. Warte. Eine Treppe geht doch tatsächlich noch nach oben. Die Beine machen mich einfach zu sehr an. Warum ist hier denn das Licht... Das Licht an. Wow. Ist cool. Olle, hilf mir! Olle, hilf mir! Okay, die Olle hilft mir nicht. Ja, da war ja ein kurzes Vergnügen hier. Keine Panik. Ich weiß ja eh, wo ich hin will. Denn im Vorbeilauf... Boah, was, wie der einfach durchtretet. Vorbeilaufen kann ich mal gucken. Es müsste eine gelbe Tür sein. Scheiße, ich muss da rein. Ah! Stimmt, das geht ja gar nicht. Kann ich eigentlich hier rein? Warum gibt es hier eigentlich keine Toiletten? Wir haben es gleich. Keine Sorge, wir haben es gleich. Hier rein, hier rein, hier rein, da rein. Und fertig ist die Wurst. Ich krieg mal irgendwas. Ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er gepfiffen hat in der vorherigen Version. Aber mir gefällt das. Man kann sich halt anhand des Pfeifens gut orientieren. Zum Beispiel jetzt gerade ist er noch auf der linken Seite. Wenn es leiser wird, wird es gleich wieder dran vorbeigehen. Und dann wird es leiser und bla. Hoffe ich. Hier, guck mal. Pfeif bitte wieder. Ich muss wissen, wie du bist. Tür da hier zu, Gwimmer. Geh ich das halt. Alles frei. War ein bisschen zu, äh, voreinig. Okay. Ich guck mal, ob hier Bonbon sind, ist schon ein bisschen spät. Aber irgendwie bin ich eigentlich gerade schon fit genug zum Aufnehmen. Ich hab gerade so Bock auf Bonbons einfach. Einfach, um irgendwie Zucker gerade zu haben. Ich weiß nicht, warum. Dann mach ich mir später einen Tee. mit Agavendicksaft. Mit Agavendicksaft. Agavendicksaft tonight. Wobei Agavendicksaft, ja, soll ja eine Alternative sein zu Honig. Aber Agavendicksaft soll ja teilweise sogar noch mehr Zucker haben, oder? Kann das jemand bestätigen? Wieso kriegt er eigentlich nicht die Olle, die hier die ganze Zeit mit rumgeistert? Die Songionjongi? Entschuldigung. Es wäre, glaube ich, schlauer, zuerst zu gehen, wenn das Auge ganz weg ist. Die Musik ist ja jetzt weg. Jetzt kommt sie wieder. Hey, es ist doch einfach nicht wahr. Nein! Jumpscare! Jumpscare, Leute! Ein neues Hallo. Wie geht's mir denn? Beruhig dich irgendwo, beruhig dich. Alles in Ordnung. Du brauchst gerne eine Wohlbens-Tablette. Was findet ihr eigentlich schlimmer, den Hausmeister oder die Jumpscares? Ich finde, die Jumpscares ist jetzt sehr erträglich, weil man wird ja vorgewarnt. Und man sieht auch diesen fliegenden Kopf. Das fand ich ein bisschen gruselig, als sie uns da hinterher geflogen ist. Aber wir wussten, was passiert, wenn sie uns kriegt. Es war okay. Das mit dem Schrank war echt ekelhaft. Also die Olle war, boah, ich habe mich so verjagt einfach mehrfach. Obwohl ich wusste, okay, es kann sein, dass sie da drin ist. Und dann ist sie ja die ganze Zeit gar nicht da drin. Und dann auf einmal, boom! Und dann nochmal, boom! Und, oh, das war so furchtbar. Hatte ja... tenga... Vamos! Und dann...